Ja, moin. Ich würde euch gern ein bisschen was auf der Gitarre vorspielen. Ich spiele seit 40 Jahren Gitarre. Vor acht Jahren bekam ich dann Besuch von Luis Summer. Der hat ein Syndrom erfunden. Das geht auf die Nerven, dann kann man die Hände nicht mehr bewegen. Das heißt, ich habe vor sechs, fünf Jahren noch mal von vorne angefangen alles zu lernen und bin in der Zeit auf diese Gitarre umgestiegen und jetzt geht es einfach mal los. Auf jeden Fall wäre ich ohne Gitarre nicht mehr hier. Musik 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 Ja, meine liebe Gitarre ist eine Anderton, aus England, handgebaut, im Stil einer weißen Born. Und ein bisschen habe ich die Finger auch wieder gerade gebogen und spiele jetzt eins meiner Lieblingslieder. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020